Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute soll es einmal um diese Gerber Prybrit gehen, beziehungsweise ich habe es bestellt unter dem Namen Gerber Prybar. Und im Endeffekt handelt es sich dabei um ein sehr kompaktes, stabiles Teppichmesser. Was ich mir gekauft habe, ganz einfach, ich habe sehr viele Pakete zum Öffnen oder immer wieder muss man mal Paketband durchschneiden, doppelseitiges Klebeband etc. Normalerweise mache ich das halt mit meinem Victorinox oder bei Klebeband auch mit einer Schere. Und das Problem ist einfach, die Schneiden, die verkleben durch dieses Klebeband extrem stark. Man muss die regelmäßig wieder reinigen, weil sonst gerade bei einer Schere, wenn man schneiden möchte, dann hakt das immer und das klebt halt aneinander. Ist halt Mist. Und bei Messern ist halt zusätzlich der Nachteil, dass hier diese Schneiden sehr schnell stumpf werden. Selbst bei Victorinox Messern, die ja wirklich sehr gute Schneiden haben, aber wenn man damit regelmäßig Pakete öffnet oder eben Klebeband schneidet, dann wird die Schneide recht stumpf und zwar schnell. Das heißt, man muss regelmäßig nachschärfen. Und deswegen habe ich geschaut, was es halt gibt. Hier diese Gerber Private, die hat halt mehrere Funktionen. Man sieht es hier sehr schön. Also zum einen diese auswechselbare Trapezklinge, eine ganz normale Rasierklinge. Hier aber der Vorteil, wenn die stumpf wird, einfach mal auswechseln. So Rasierklingen kosten 10 Stück 5 Euro, hochwertige kosten dann vielleicht 10 Euro. Aber man hat halt immer wieder eine neue Schneide. Gleichzeitig hat man hier diese Funktion des Seilschneiders oder eben einen Abisolierer etc. Hier hinten Private bzw. hier hinten ist halt wirklich diese Brechstange, diese Mini-Brechstange. Und dazu gibt es dann halt noch Flaschenöffner etc. Einiges drum und dran. Aber ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt einfach mal aus. Ihr seid quasi live dabei. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Hier ist das gute Stück. Oh, das fühlt sich sehr, sehr wertig an. Also schauen wir uns einmal von nahem an. Wie gesagt, Gerber natürlich der Hersteller. Hier ist diese Brechstange. Ich denke mal hier, das wird einfach so eine Ringöse sein, dass man das Ganze vielleicht am Schlüsselbund transportieren kann. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, einhändig feststellbare Klinge. Illegal in Deutschland. Ja, gesetzlich natürlich vollkommen richtig. Auf der anderen Seite, das ist ja jetzt kein Ding, mit dem ich durch einen Einkaufsladen renne etc. Und selbst wenn, habe ich es in der Hosentasche versteckt. Sollte mich wirklich ein Polizist kontrollieren und ich bin jetzt, ich gehe auf die 50 zu. Ich glaube nicht, dass der wirklich deswegen Stress machen würde. Es kann natürlich Bundesländer geben. Es kann natürlich Situationen geben. Wenn man, ich sage mal, wenn der Polizist einen auf dem Kicker hat, hätte er das Recht. Ich meine, das Taschenmesser natürlich, dieses Teppichmesser. Das Recht dazu besteht, das Teppichmesser wegzunehmen und sogar eine Anzeige wegen unerlaubtem Waffenbesitzes auszustellen. Aber ich denke mal, muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ich selber hätte jetzt kein Problem damit, das bei mir in der Hosentasche mit rumzuschleppen. Wenn ich kontrolliert werden würde, würde ich damit argumentieren, dass ich es halt brauche, um damit Pakete zu öffnen, Kabel abzuisolieren etc. Und ich glaube, da kommt es auch ein bisschen auf das eigene Verhandlungsgeschick an. Aber wie gesagt, rein rechtlich gesehen ist es natürlich ein Einhandmesser, weil es einhändig zu öffnen ist und die Klinge arretiert. So viel zum Rechtlichen. Jeder kann davon halten, was man mag. Ich hatte es vorhin schon gesagt, diese Klingen, das sind ganz normale Trapez-Rasierklingen. Im Lieferumfang ist auch nur eine Klinge dabei. Der Preis für das gute Stück lag bei 25 Euro. Das ist jetzt natürlich wirklich ein saftiger Preis, wenn man bedenkt, dass es im Endeffekt nur ein Teppichmesser ist. Und in jedem 1-Euro-Shop bekommt man für 1 Euro auch diese Teppichmesser mit Abrechklingen. Aber ich habe halt den Vorteil gesehen, dass hier auf der Seite diese kleine Brechstange ist, beziehungsweise dieser Nagelheber, um zum Beispiel Nägel leichter aus der Hand zu entfernen. Das sehe ich halt als sehr großen Vorteil an. Hier ist ein Flaschenöffner, würde ich tatsächlich niemals brauchen, weil ich überhaupt nicht trinke. Aber er ist halt dabei. Ich weiß jetzt nicht, welche 8 Funktionen sich hier noch verstecken sollen. Die Beschreibung ist auch sehr witzig, weil im Endeffekt ist alles nummeriert von 1 bis 8. Aber es steht halt nirgends wo, wofür diese 1 bis 8 gedacht ist. Oder ich bin einfach nur blind und kann es nicht sehen. Ah ja gut, die argumentieren damit, dass das hier zum Beispiel noch ein großer Schraubendreher wäre. Ja, okay, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ich habe es mir einfach geholt, weil es halt komplett aus Metall ist. Es ist sehr robust. Das ist halt der Vorteil. Der Mega-Vorteil ist halt wirklich, man kann halt die Rasierklingen wechseln. Und bei den Rasierklingen gibt es natürlich auch Unterschiede. Aber generell ist es so, egal welche Trapez-Rasierklingen ihr kauft, egal ob die billigen oder auch die teuren, die werden auf jeden Fall eine bessere Schärfe darstellen, als wie diese Abbrechklingen. Und die sind wirklich schon nicht schlecht. Also ich will die gar nicht schlecht reden. Die sind günstig, die sind gut. Sie sind okay. Man muss halt immer wieder neue kaufen. Hiervon die Rasierklingen. Ich habe so einen Rasierer, wo ich tatsächlich auch diese Rasierklingen noch verwende. Das heißt, ich habe die ohnehin immer auf Lager. Und es ist halt der bärige Vorteil, wenn die Klinge mal stumpf ist, wenn die mal abbrechen sollte, wenn mal Ecken drin sind, egal was, ich kann sie einfach auswechseln. Und gleichzeitig, das hier kann mir ruhig runterfallen. Es kann, ich kann versehen nicht mal mit dem Hammer dagegen schlagen, was weiß ich was. Es hält was aus, weil, ihr seht es, diese Brechstange hier in der Mitte, das ist durchgehender Stahl. Der geht also wirklich bis hier zu der Seite, wo die Öffnung ist, wo die Rasierklinge rauskommt. Und auf der anderen Seite wieder genauso. Das heißt, ich habe hier auch ordentlich was in der Hand. Ihr seht es, von der Länge her passt es genau in meine Hand rein. Ich hole mal kurz einen Maßstab raus. Mein Maßstab ist ein Maßband. Weil ich jetzt gerade nichts anderes zur Verfügung habe. Wir haben hier eine Länge von 11 Zentimetern knapp. Eine Breite von 3,5 Zentimeter. Und wie gesagt, es fliegt halt wirklich richtig saftig in der Hand richtig gut. Ohne, dass man da lange Sperenzchen machen muss. Es ist auch nicht wirklich schwer. Ich kann mal versuchen, ob ich es dieses Mal mit meiner Waage besser hinbekomme. Wo ich letztes Mal so kläglich versagt habe. Was ich beim letzten Mal nicht wusste ist, dass dieser Wert auf der Kamera tatsächlich sogar sehr gut abzulesen ist. Ich habe jetzt hier mal mein kleines Victorinox. Fünf Layer Messer. Also nicht das Swisschamp oder Cybertool, sondern die kleinere Variante. Aber einfach zum Vergleichen. Hier haben wir ein Gewicht von 118 Gramm. Und im Vergleich dazu 91 Gramm. Wenn ich es richtig sehen kann, weil ich muss immer schräg auf den Monitor gucken. Die Zahl kann ich tatsächlich nicht lesen. Aber gut, 91 gegenüber 118. So rein vom Gefühl her hätte ich tatsächlich gesagt, dass das hier sogar schwerer ist als wie das Victorinox Messer. Aber generell ist es so, beides trägt nicht wirklich auf. Es ist okay. Von der Größe her passt es sehr gut zu einem kleinen Taschenmesser wie eben einem Victorinox. Oder ähnlichen Varianten in der gleichen Größe von der Tiefe her. Ja, insgesamt ein schönes Spielzeug. Ob es jetzt wirklich 25 Euro wert ist, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte das Teil, ich glaube viermal schon auf meiner Wunschliste. Habe es immer wieder runtergeschmissen. Habe es dann jetzt im Baumarkt gesehen, wo die für das gleiche Tool 42 Euro haben wollten. Da habe ich mir gedacht, nee, also 42 Euro zahle ich dafür auf gar keinen Fall. Und bin dann aber doch wieder hingegangen und habe es mir für die 25 Euro geholt. So habe ich auf der einen Seite 17 Euro gezahlt und andere werden sagen, bist du bekloppt und holst dir für 25 Euro ein Teppichmesser. Aber, wie gesagt, ich finde es halt wirklich, wirklich praktisch. Weil ich mag es zum einen, so eine kleine Brechtange dabei zu haben, einfach um mal was raushebeln zu können. Sei es zum Beispiel am PC-Gehäuse, wenn da ein bisschen was hakt, kann man es leicht nach vorne hebeln. Oder eben, um mal einen Nagel aus der Wand ziehen zu können, ohne großartig die Klinge meines Messers vielleicht riskieren zu müssen, etc. Plus den Vorteil, diese Klingen austauschen zu können, die Rasiermesser scharf sind, wie es der Name schon sagt. Plus diesen Abisolierer oder auch Seilschneider, vielleicht sogar als Gurtschneider zu verwenden. Weil von der Einkerbung her ist das schon recht breit und auch gut tief. Das heißt, man könnte den Gurt wahrscheinlich gut damit greifen und dann zack durchschneiden. Müsste man aber mal testen. Und ja, es ist halt ein typisches Gerber-Spielzeug. Gerber habe ich tatsächlich noch nicht vieles von. Ist auch mein erstes Multitool in dem Sinn, was ich überhaupt von Gerber habe. Obwohl das Gerber MP600 würde mich natürlich auch schon reizen. Auch ein sehr interessantes Tool. Aber ja, nichtsdestotrotz. Das ist das Gerber Private Utility. Ich finde es ganz interessant. Mal schauen, was im nächsten Video kommen wird. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall mal vorgestellt haben. Eben, weil ich die Vorteile des Werkstücks sehe. Des Werkzeugs sehe. Und es wird sich für mich alleine schon deswegen bewährt machen. Weil ich halt nicht ständig die Klingen sauber machen muss von meinen Taschenmessern. Das habe ich letzte Woche erst wieder gemacht. Nachdem ich das letzte Video gemacht habe. Ich habe mich da so geschämt, dass die Klingen so aussahen. Dass ich mich abends hier hingesetzt habe. Und habe alle Messer mal gereinigt. Die so verklebt und verschmutzt waren. Hat mich ungefähr zwei Stunden gedauert, weil es doch einige Messer waren. Aber ja, die Arbeit erspare ich mir. Nehm demnächst halt hier mein Rasierklingenmesserchen. Und wenn die kaputt ist, dann schmeiße ich es einfach weg. So schaut es aus. So, dann hoffe ich, dass euch das heutige Video gefallen hat. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Kommentiert, falls ihr ebenfalls dieses Tool besitzt. Und sagt mir, ob ihr damit zufrieden seid. Oder ob ihr Alternativen kennt, die euch sogar noch besser gefallen würden. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.